Sehr gut, danke. Über unseren Mann mit der Nummer 24, das ist Aaron. Aaron, erstmal herzlichen Glückwunsch zum heutigen Sieg. War ein Stückchen Arbeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Immer gegen Bayern, es ist immer sehr schwer zu spielen. Wir spielen hart und auch ein bisschen komisch mit den verschiedenen Spielern angriffen. Ich habe nicht so gewöhnt, aber ja, wir haben heute gut gespielt und wir mussten richtig kämpfen. Aber zwei Punkte sind zwei Punkte. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Wenn das jetzt gegen Lembo auch noch himmaut und dann gegen die Rhein-Neckar-Lüben, dann können wir vorzeitig deutscher Meister werden, dann drücken wir die Daumen. Wir wollen ganz kurz noch sprechen über das Spiel gegen Vechbrem in Ungarn. Hast du deinen Nebenmann irgendwie verstanden oder warst du laut, dass ihr euch nur mit Zeitgesprache bestellen musste? Ja, ich habe so etwas noch nie erlebt und das war, wir haben halbe Stunde vor dem Spiel angefangen zu singen und das war einfach Wahnsinn. Und ja, es hat viel Spaß da zu spielen und ja, da zu gewinnen ist auch sehr stark. Und wir haben uns die zweite Halbzeit der Star-Gelast gezeigt und deswegen sind wir jetzt auch sehr großartig. Großartig, wie ihr das immer wieder umsetzen könnt, was der Trainer euch vorgibt. Freuen wir uns auf das Final-Con und wir freuen uns auf das nächste Heimspiel hier in der Sparkassenheilung. Vielen Dank, Aron Palmerson.